Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite auf meinem Kanal und Mein Kings Kanal, ja das war ein bisschen reingeschissen, aber egal, die nehmen wir trotzdem, weil sonst mein King die eh reinschneiden würde, also egal. Ja, die werde ich wieder schreiben, Leute. Oh, warte, habe ich die Facecam gestartet? Und, egal. Heute spielen wir eine Fortnite Überlebenschallenge, heißt, wir machen das alte Video von mir nochmal neu. Heißt, wir müssen überleben. Ah, aber Sonderbedingung, wir dürfen Gegner nicht anschießen. Also, wir dürfen keine Waffen mitnehmen. Das ist irgendwie scheiße. Das ist nicht scheiße. Das ist einfach schlau. Naja, entweder machen wir jetzt die Überlebenschallenge, wir dürfen die Gegner gar nicht anschießen, oder wir spielen einfach jeder für sich. Was ist der Lieber? Das ist auch so geil. Ne, ne, ich würde aber trotzdem sagen, dass wir nicht, also dass wir in einem anderen Egg nicht mehr landen und in der Map. Also quasi, wir dürfen schießen und normal landen unterschiedlich auf der Karte. Ne, 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 wir müssen schon nur heal, also nicht schießen, aber jeder halt in einem anderen Egg, damit er so ein bisschen auf sich allein gestellt ist. Ja, der ist da, wo er will. Ja, genau. Ja. Ja. Ganz einfach. Ja. Ich weiß, wo ich lande. Ja. Ja. Ich nicht. Ich lande da. Ah, ich komme mal mit dir. Da darfst du schon mal nicht. Ne. Wobei, bin ich irgendwo, ist vielleicht ein bisschen schlauer, sogar wenn man, wobei, ja, ist eigentlich, okay. Ich versuche einfach weit weg zu gehen. Ja, es ist schlauer, ich komme jetzt bald, ist. Spitzhacken? Ist eigentlich auch nicht erlaubt, oder? Nö, ja. Also nicht erlaubt. Also, was jetzt? Nö, ja. Also, es ist nicht erlaubt, ja. Okay, es ist nicht erlaubt. Danke für die, die kommunikative, kommunikative Wichtigkeit von dir, ja. Wollen wir irgendwas mit Belohnung machen? Irgendwann hat's Bock gerade. Was ist Bock gerade? 1.000 Euro. Ja, Digga, mach nicht den Monte, Alter. Ja, aber wäre schon lustig, wenn wir das irgendwann mal so machen. Ja, klar. Wenn du das Geld dazu hast, schon. Wenn wir dann später Fame sind, machen wir das. Aber wir sind noch nicht Fame, wir sind noch scheiße. Du bist auch scheiße. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wo ich falsch abgebogen bin, aber irgendwo auf jeden Fall. Krass, irgendwie, ich weiß es nicht. Also, ich habe schon mal mehr HP als du. Und guck mal, was ich hier sogar noch habe für dich. Ja, stimmt, das könnte jetzt aber wirklich der Dings sein. Game Changer sein, ja. Ja, wirklich, aber ich habe halt nichts. Also, ich kann das nicht spielen. Hm, ich gehe jetzt spielen. Ach, Digga, dann bekomme ich Minus. Alter, Hilfe. Schatzkarte, let's go, da ist doch auch Heel dabei, oder? Ja, da sind meistens 6er Aufpacks dabei. Digga, im Pfandfeld gleich schon Düdel. Pumis'n Gegner. Bei mir eben auch. Digga, der hat genau Formel und schießt auf mich. Die Waffe ist erlaubt, die macht keinen Damage. Also, so Feuer, also diese Dinge, nicht Feuer, also nicht Glühwürmchen, sondern, wie heißt denn das Ding? Äh, Markierpistole, weißt du? Ach so. Die so markieren kann, die ist erlaubt. Du darfst nur nicht auf Gegner damit schießen, weil dann macht sie Damage. Scheiße. Aber was bringt die denn? Hier ist ein Klombo. Ein Klombo. Wer ist das nochmal? Irgendjemand cool ist. Das ist komisches Drachenfiech. Ach, stimmt. Das ist Klombo, stimmt. Ich habe dir immer mal Riesenachs, Lottl, gesagt. Weiß nicht, was ich weiß. Stimmt, das habe ich im Video gesehen von dir. Ey, wieso schiebt denn das alle auf mich? Digga, 100 gegen 1 finde ich nicht so fair, Lottl. Aua. Das hat weh. Oh, das ist geil. Wollt ihr nicht alle mal auf Red gehen? Ich lege einfach kurz seine Koordinaten, okay? Ne, da sind meine Koordinaten fallen, ne? Ja, ja. Okay, ich lasse die Waffe doch hier. Aber Fahrzeuge dürfen wir benutzen auch so, oder? Ja, Fahrzeuge sind erlaubt. Ich habe zwei Madkits, einen Mini und einen Biggie und zwei Southpacks. Alter, ich habe ein Mini. Also ich bin... Und ich habe Spider-Man-Fähigkeiten. Alter, du bist auch einfach... Ich fang gerade eigentlich nur Mads. Ich habe nur zwei Schüsse überall. Ja, man kann nicht mehrere Schatzkarten haben? Ne, kann man nicht. Boah, das ist ja abgehoben. Naja, du bist abgehoben. Ne? Ähm, nein. War da ne? Oh, Madprayer-Nebeldinge. Was ist mit Madbay? Nicht Madbay. Ich müsste auch mal Among Us mit ganz vielen... Ich habe einen Aufnahmetermin gestern nicht aufgenommen mit Among Us. Hatten die bei Among Us gespielt mit Kollegen, Alter. Ja, ich so... Ja, wir wissen das nicht. Aber da vorne sind Fights, red die Scheiße. Ja, Among Us müsste man wirklich mal machen mit vielen Leuten. Aber mit vielen Leuten soll es nicht lustig. Ich habe ja auch... Also ich habe ja viele Leute, die das machen würden mit. Ja, dann können wir mal irgendwie die du aufnehmen. Also, Voltie wäre dabei, Fox wäre dabei, Jolly wäre bestimmt dabei. Dann kannst du wieder aufnehmen zum Schneiden und ich ankannen, weil Among Us finde ich auch ankannen. Eigentlich noch so nice. Ja. Also ich, so. Wie viele Match hast du? Ich habe stabile 40 Holz, Klasse 90 Stein und 41 Eisen. Okay. Du hast mehr Metall als ich. Ja, ich bin auch einfach besser als du. Dafür habe ich das 10-fach an Holz wie du. Es geht gut besser als ich. Kennst du den Song von Taddle? Welchen? Gut besser als ich. Nein. Ja, okay. Da singt er halt so, ja, es geht gut besser als ich, oder? Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mich einfach alles ausprobieren kann. Ja, der ist ein Copyright. Ja, das hat mir dann auch aufgefallen. Aber es wäre so richtig geil. Ach, Junge, Klombo. Nehme ich mit. Mach Klombo wieder Stress. Ich verstehe mich aber auf dem Klombo. Das ist doch Five-Fit-Plan. Sich aber auf dem drauf zu verstecken. Weil ich bin ja vor allem getarrt auf dem, weil der auch so lila ist. Junge, ich komme nicht auf den drauf. Jetzt. Weil der auch so lila ist. Und ich bin auch so lila. Oh, da sind überall Gegner. Ich chill jetzt einfach hier bei dem. Oh, da ist ein Gegner. Ich ziehe durch. Chill hier am Pool, komm doch vorbei. Ja, jetzt sind wir schon zu zweit. Oh, den Pool ist doch. Chill hier am Pool. Oh mein Gott, ich gehe auf Flüsken und hole mir den Loot-Drop. Also ich kann euch jetzt schon sagen, wer gewonnen hat. Leider. Ja, der mit dem Game-Change. Ja, ist so. Ja, ja, morgen ist noch mal. Jetzt wollte ich auch. Saufsprenger. Alter, ich hätte so geile Waffen, ne? Glaubst du mir gar nicht. Ja, ich auch, ich auch, ich auch. Aber mein Puls ist relativ stabil gerade, muss ich sagen. Ja, ist er nicht auf 500? Ne, auf 600. Ah, ja, dann geht's ja noch. Was? Warte? Warte, was? Hä, wie, wieso kann ich nicht mehr Gold aufgeben? Was? Na, wenn du maximal das... Jo, ich habe auch 2.000 XP, ich habe full Holz, lull. So ein Saufsprenger. Ja, genau, ja, meine ich auch. Ja, aber das gibt Schilds. Du hast Upgrade! Genau wie damals, Alter. Ich dachte nur, dass ich es nicht habe. Ich will auch. Das finde ich jetzt mal nett. Ach, scheiße. Du hast Kopfgeld. Ja, habe ich gerade nicht mehr. Ja, das ist unangenehm. Viel Spaß beim Sterben bei dir auf jeden Fall. Ja, danke. Oh Gott, ist das ein fetter Fight. Scheiße, Mann. 15 Bandys und 6 Softpacks. Also, ganz ehrlich, mir geht's gut. Oh, dein Kopfgeld ist beendet, aber ich habe Geld bekommen. Cool, danke. Du hast überlebt, bekomme ich auch Geld? Nee, kann ich gar nicht mehr bekommen. Oh nein, die Spideys. Oh nee. Gar nicht gut. Ich fahre mir jetzt hier über alle möglichen Materialien. Nee, 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 nee. Verpiss dich, Junge. Ja, moin, da muss ich ja höllisch aufpassen, wenn hier noch einer um die Ecke kommt. Ja, wirklich, also das wird stressig hier. Ich höre auch schon links von mir schon wieder Fights. Ja, hinter mir noch in der Zone, Digga. Nein, das ist ein Blutjob. Der ist voll bei mir in der Nähe. Oh, Leute, wir sind aber noch gechessed. Ich hoffe, bei dieser Basis hier ist niemand, weil dann kann ich hier so ein bisschen stein fahren. Ah, okay, ich sehe schon was, ich sehe schon was. Ich sehe schon Leute, mehrere. Oh, ich könnte jetzt so gut snipe, ich habe eine Sniper. Sind die Bots automatisch aggressiv? Nicht, oder? Ja. Ja? Natürlich. Oh, shit. Oh Gott, ein Huhn. Oh mein Gott. Oh Gott, ein Huhn. Ich bin so erschrocken, darf ich das Huhn töten? Also wenn nicht, habe ich gerade eine Regel gebrochen. Alter, die... Ja, mit einer Spitzhacke schon und mit einem Auto, aber... Ja, mit einer Spitzhacke, ja, ja. Aber nicht mit Waffen. Ein Auto ist eigentlich auch so ein bisschen Game Changer. Naja, aber du bist halt super laut. Oh mein Gott, einfach vorne... Ey, Leute, hier ist einfach der Lootjob, stimmt, den kann ich mir holen. Ich gehe jetzt hier einfach in den Busch. Ich sehe so viele Leute, ne? Bitte, Lootjob, noch ein zweites Trampo. Das wäre so Game Changer, Digga. Also einmal zwei Trampos. Alter, die sind über mir, zum Schießen. Ich habe full Holz und full Stein. Oh nein. Hast du in dem Busch? Ja, ich muss... Ich habe hinter mir und vor mir sind, Leute. Und ich bin doch nicht in Tilted rein. Oh nee. Ich komme jetzt zu dir, Alter. Ich locke die Gegner jetzt alle schön zu dir. Ja, ja, perfekt. Brauchst du nicht, bei mir sind schon genug. Also... Das Ding ist, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die fokussiert und sehen mich nicht, wenn ich hinter dem Bär hier durchrenne. Das ist gerade so ein bisschen meine Hoffnung. Ich weiß auch nicht, wie es in Tilted gerade die aktuelle Lage ist. Ob da viele Leute sind oder nicht. Okay, da sind Leute. Ah, du bist hier. Hi. Hallo. Eigentlich ist es schon besser, wenn wir zusammenstehen. Ah, hier sind wir. Was? Du machst mir Angst. Ich habe die Steps in dem Haus gehört. Ich eben nicht. Ich habe keinen Sound zu visualisieren, aber ich habe gehört, wie der da oben rennt. Ja, das Problem ist, wenn du redest, macht mein Headset automatisch, dass es das Game leiser macht. Irgendwie eigentlich nicht so geil. Ehrlich, ich wollte gerade sagen. Richtig trash. Ja, es ist halt extra, dass du die Leute halt besser verstehst. Das kann ich auch einstellen. Was hast du dir für letztendlich gekauft? Ja, so ein krasses. Wie da oben ist aber auch noch. Viel zum Einstellen. Ja, bei mir auch, aber meinst du halt von einer anderen Marke, ne? Ja, aber Rock ist halt auch besser. Ja, ich ziehe mal durch, ne? Mann, Alter, ich wollte das sagen. Dieser zieht einmal durch und lässt mich einfach am Spich. Ja, ich renne einfach in den Tint rein. Ich meine, was ist schon groß passieren? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es sind aber so viele Leute hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, ich sehe es, wie er auf dich geballert wird. Und ich sehe, wie deine HP gerade runtergehen. Ich höre gleich doch schon das. Ja, wirklich. Scheiße. Wo geht man in die Ziele? Oben in den Busch. Ich gehe auch nicht weg. Ich kam nicht weg, weil ich das scheiße Auto... Oh. Ich höre mich jetzt einfach. Ich glaube, du stirbst. Ja, ich glaube auch. Digga, mein Puls ist so hoch. Ich glaube, ich mache jetzt gerade schon das... Alter, die Scheißwuhnen. Nein, ich muss raus, weil sonst mache ich den Busch kaputt. Mein Gott, die Scheißwuhnen. Dort vorne sind noch zwei. Die sind bei der Krone. Dort vorne ist noch ein Einzelner. Das Ding ist, wenn wir es schaffen, im Endgame dann in der Zone gegen die Letzten zu spielen, werden wir safe gewinnen. Weil ich alleine... Ich habe 300 HP Greenlight. Also alleine mit den Mad-Nebels. Ich habe 135 Mads, drei Biggies, sechs Minis und ein Sprenkel-Ding. Also ganz ehrlich, die werden uns... Digga, guck mal, die... Yo, zum Glück benutzen die die Dinger, um nicht zu markieren, sondern um zu schießen. Guck mal, das vorne brennt jetzt alles weg. Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt hier rüberkommt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das da rüberkommt, um meinen Busch anzuhören. Ja, das verbreitet sich schon, ja. Das wäre so nice, wenn du jetzt einfach... Also es wäre nicht nice, aber es wäre irgendwie... Digga, wenn die jetzt genau neben dir gekillt wären, wäre ja richtig praktisch für dich, dann könntest du den einfach den Wut klauen. Stimmt. Oh mein Gott, siehne, direkt neben mir. Alter, Hilfe. Ich bewege mich jetzt auch nicht mehr, weil sonst zieht er meine Steps eventuell, wenn er... Die sind einfach genau hinter dir. Also die sind direkt vor mir, Alter. Ich bin dann gerade am überlegen, ob ich den Sprenkel da zu dir unten reinwerfe, um auf dich aufmerksam zu machen. Ach komm, das wäre so asozial. Also irgendwie das ist fun, ja. Ich kann dir jetzt beide so snipen dort, ne? Ja, ist so. Du bist ja in einem Tower, Alter, was ist mit dir? Ey. Aber danke für den Mini, Alter, den kann ich kurz trinken. Wenn denn, haben sie mich zugehört. Ja, genau unter mir im Busch ist ein Gegner, ne? Hast du noch einen Mini? Ja, ich habe noch einen. Kann ich noch einen? Oh nee. Da habe ich nämlich 50 Lehm. Ey, Biddy, du kommst jetzt in meinen Busch. Das ist mein Busch. Du, Alter. Geh raus! Los! Mit deinen scheiß Handschuhen. Nein! Weg hier. Ich ziehe nochmal durch. Tschüss. Scheiße, die Sonne. Oh, du kannst jetzt einfach weggehen. Ja, ich bin einfach weg und komm jetzt, Biggie. Ich bin einfach weg. Danke, Red. Och Mann, ey. Ich brenne. Und ich... Oh. Ja, das war so eine IQ-Play, Alter. Ich bin mir das ja so asozial, einfach. Das ist ja mir egal. Aber wir sind es noch mit genug anderen Leuten beschäftigt. Die konzentrieren sich zum Glück nicht so auf mich. Aber wir haben dann letztendlich uns doch nichts überlegt, um was wir spielen. Ja, stimmt. Um was wollen wir spielen? Um einen Tesla. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss mich ja dann einfach lieben. Ich kann nicht mehr, Red. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Da unten sind ja auch noch zwei. Haben die mich gesehen? Nö. Gut. Digga, hier sind so viele. Wieso leben neun Leute auf dieser Zone? Ja, wirklich. Also, das kann ich auch nicht verstehen. Ich muss aufpassen, dass die mich hier drüben sehen. Ich kümmere jetzt einfach noch einen Mad Kid. Schau dir einfach an, wie klein die Zone ist. Und es leben noch neun Leute. Ja, aber trotzdem. Viel zu viel. Ich muss kurz am Handy gucken. Ich könnte die so neben mir weglesen. Ich habe den Busch gefunden, den du nicht zerstören kannst. Oh, ich habe mein Pulsmesser geradeaus in der Aktiviert. Das war es komplett. Perfekt. Das war es komplett an der Stelle. Oh mein Gott, die sind neben mir durchglaubt. Die haben mich wirklich nicht gesehen. Und ich glaube, in diesem Busch ist es auch echt schwierig. Trotzdem, ich muss... Scheiße, aber die Zone, da muss ich mein Busch reinlassen. Ich bin genau unter dem Gebauten von einem eingebauten. Ich glaube, ich muss das auch machen. Aber das Problem ist direkt vor mir... Ich habe Panzerplatten! Das Problem ist direkt vor mir... Oh, ich muss jetzt los. Bruder, was ist los? Bruder, was ist los? Bruder, was ist los? Bruder, was ist los? Bruder, muss so dringend los. Tatsächlich. Komm, ich wollte was jetzt zu dir rein. Nee, kommst du nicht. Wie willst du das denn machen? Hallo. Ja, da ist ein bisschen Metall davor. Ja, ich mache es nochmal kaputt. Oh Gott. Baut doch mal schneller hier, Alter. Schön Tänze, Alter. Deswegen ist du es eingebaut. Ja, und deswegen kommen die hier nicht rein. Und dann mache ich es schön, dass ich dich aufmerksam bin. Hä, bei mir ist der Tanzding ganz unsichtbar. Nun, der ist schon laut. Mein Gott. Ich habe auch nur Probleme, Leute. Hab mal ein bisschen Mitleid, bitte. Lasst Mitleid in den Kommentaren da. Ey, wir haben immer noch so viele Leben. Ey, wir müssen wieder raus. Du kommst ja nicht raus. Du musst den hier jetzt schon bebrauchen. Oh mein Gott, das war so dumm. Das war ja anders. Äh, dumm. Ihr seht aber genau über mir. Ja, bei mir auch. Und ich habe jetzt gebaut. Das ist dumm. Aber ich behalte das Zaun. Alter. Was du? Nein, das war's ja. Nein. Nein, das ist zu. Keise. Ach man, Red, du bist so eine Belastung, Alter. Ach komm. Ach komm. Auftrag abgeschlossen. Ich bringe mich gleich selbst einfach rum. Oh nein, es liegt nur noch ein anderes Duo. Wir müssen jetzt hier unten chillen und halt mit den Heels schaffen. Mit der Zaun laufen. Nee, nee. Ich habe nur wenig Greenlife. Ja, aber das Ding ist, die laufen jetzt auch mit der Zaun. Ja, aber wir haben ja genug Heel. Nein, das ist ein Einzelner. Das sind zwei Einzelne. Wollen wir die Pickaxe? Die sind einfach da oben. Also, haben Sie gesehen. Hilfe. Zum Glück habe ich noch fast keine Mess verbraucht. Das ist wirklich so ein bisschen wie mein Joker. Oh Gott, die kommen jetzt hier zurück, die Zaun. Was ist denn mit der? Hallo. Lass mal, die da. Hier auch noch so ein bisschen, hier auch. Junge, der ist halt einfach da oben. Ja, ich glaube nicht, dass er so viel hier hat wie mir. Muss ich halt probieren. Aber Freunde sind aber zwei Dings. Na, die bringen dir jetzt halt auch gar nichts mehr. Ja, also. Das Ding ist, er muss irgendwann runterkommen. Und entweder der Töte durch uns dann, oder... Wir müssen ihn einfach die ganze Zeit ausbauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin noch seit der Sonne. Junge macht die Zehner-Ticks. Nein, ich habe... Oh, 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 oh nein. Nein, nein. Versuch zu reviven. Alter, oh, wie ehrenlos. Oh mein Gott. Wieso habe ich denn nicht gehirn? Wieso brauche ich scheiß Bandis und nicht friggin' Mattenhebel? Was ist mit mir? Scheiße. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kennt es. Hä, wie ist denn der andere gestorben? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Die Zone hat 15er-Ticks gemacht. Wie konnte ich denn 180 Schaden an Spielern machen? Eine Eliminierung. Wiederholung öffnen. Ich geh mal kurz in die Wiederholung rein. Ja, mach mal zum Schluss. Nö, die hört dann einfach auf. Ja, bin ich doch. Puh, ich bin am Ende. Aber irgendwie hat die nicht komplett klingelt. Warte, ich guck nochmal nach, wenn ich nochmal rausgehe. Ja, du hast es auf Video zumindest sonst. Ja, eben. Ich hab es auf Video. Wir können in der Aufnahme Notfall schauen. Kommt das hin? Ja, das ist eine halbe Stunde her. Also die ist nicht komplett drauf halt. Leider. Oh mein Gott. Was eine Runde. Ja, Leute. Ich bin auch im Game. Warte, ich komm auch kurz raus wieder. Ich hab nix gemacht. Leute. Weil ich war ja auch One-Hit. Ja, stimmt. Ich war auch One-Hit hier. Okay, diesmal machst du die Abmord, weil ich hab die Anmut. Nee, du hast die Anmut gemacht. Egal, du machst trotzdem die Anmut. Ich hab's schon gemacht. So, Leute. Das war's mit dem Kranken-Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Lass gern Like und ein Abo da, wenn ihr mehr Fortnite-Content sehen wollt. Und mehr so die Challenge. Ihr seht doch noch mein Puls ist noch relativ hoch. Und ja, schaut mal mein King vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, und holler rein. Ciao, ciao. Tschüssi. Ich wollte gerade mal noch meinen Puls in die Kamera zeigen, aber... Tschüssi. 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 Vielen Dank.